Hallo miteinander, hier spricht Tum Nook. Es ist Sonntag, der 22. März, 8.27 Uhr. Die Neuigkeiten heute... Freudige Nachrichten! Der Bau des Museums von Nimmerland kann loslegen. Eugen und ich hätten uns das niemals träumen lassen. Unglaublich, dass wir gleich an seinem ersten Tag auf der Insel das Museum bauen können. Wir danken euch vielmals für eure Zusammenarbeit. Wir werden das Museum an der Stelle errichten, an der Eugens Zelt stand. Kacke! Es tut mir furchtbar leid, eurem Forscherdrang heute so ausbremsen zu müssen. Aber ich hoffe, die Tatsache, dass morgen unser neues Museum fertig sein wird, tröstet euch ein wenig. Das war eine kleine Nachricht, die ich von Eugen an euch weiterleiten sollte. Weiter im Text. Meine werten Mitarbeiter Nepp und Schlepp haben heute ihren neuen Laden eröffnet. Er ist zwar klein, aber das Sortiment wechselt täglich und enthält allerlei Nützliches für das Inselleben. Er ist täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten könnt ihr die Verkaufskiste nutzen. Ah, eine Sache noch. Um die Eröffnung unseres neuen Ladens gebührend zu feiern, haben wir uns etwas ganz tolles überlegt. Ab sofort bietet Nook Shopping eine neue Funktion, den Katalog. Dank diesem können sich Kunden sämtliche Items, die sie jemals erworben haben, anzeigen lassen. So lassen sich bei Bedarf schnell und einfach weitere Exemplare bestellen. Und nun wünsche ich euch allen viel Spaß beim Stöbern und Einkaufen in Nooks Laden. Übrigens, wenn es so wie jetzt große Neuigkeiten zu den Einrichtungen auf der Insel gibt, dann halten wir eine besondere Zeremonie ab. Je mehr mitmachen, desto besser. Kommt einfach ins Service-Center, wenn ihr Interesse habt. Ja, und damit herzlich willkommen zu Anime... Oh. Crossing. Tom Locke hat immer noch was. Du liebe Güte. Na sowas. Natürlich passiert das, während ich auf Sendung bin. Ah, ah, aha. Einen Augenblick bitte. Hallo, ja, hier spricht Tom Nook von Nook Inc. Was? Das Reif für die Insel-Paket? Aber ja, ja, ja. Natürlich. Damit sind wir am Ende der Insel-Durchsage angelangt. Aha, tut mir leid, aber ich musste kurz noch... Ich beginne mal mit einer Übersicht unserer Leistungen. Oh, es scheint wohl ein neuer Bewohner kommt in... Kommt zu uns. Auf die Insel. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Ah, ja. Ne? Herzlich willkommen zurück zu Anime Crossing. Ich habe gestern erstens meinen Kredit wieder abbezahlt. Ähm, ich habe ein Kimino gekauft. Und ich habe jetzt noch die Farben der Haare gekauft. Äh, die Haarfarben sind nicht wirklich toll. Oh, wir haben Post. Aber wir gehen mal als erstes rein und gucken und setzen die neue Bude an. Die ist ein bisschen größer geworden. In Zukunft werde ich so machen, dass ich dann einfach Screenshots mache, wenn ich neue Fische und sowas fange. Was... Hier, hier können wir mal ganz kurz reingucken. An dem Spiegel ändern wir so gut, wie es geht. Hier, das sind die neuen Farben. Ich kann mal einmal durchgehen. So. Ich finde es schade, es gibt kein wirkliches Knallweiß. Also wirklich weiß. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, ich nehme das. Ja. Ähm, ja. Ja. Ah, ja. Ich muss euch noch was zeigen. Guck mal hier. Habe ich ein Telefon. Aber er kommt da kaum dran. Hahaha. Es sieht so lustig aus. Will er da... Warte. Sieht so lustig aus, wenn er da so dran springt. Ah, 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 ah. Ich schaffe es irgendwann. Die Fenster habe ich mir noch gar nicht gelegt. Da habe ich es so genau angeguckt. Oh, sind schön. Ja. Ja. So. Gehen wir mal raus. Gehen wir mal raus. Was haben wir gestern gemacht? Ich habe, ähm, Eugen seine 15 Dinger gegeben. Dann habe ich Schlepp und nebst einen Laden irgendwo... Nee. Haben wir das in der Folge gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die Materialien auch zusammen bekommen. 30 Eisen, 30 Harzold und so weiter. Dann waren Freunde auf meiner Insel. Ähm, habe ich dazu ein Screenshot gemacht. Können wir mal kurz gucken? Ich weiß es gerade nicht. Ich war auf jeden Fall gestern noch angeln. Hier. Guckt mal. Neben Gilliver. Hahaha. Guck mal, da haben wir unsere prachtvollsten Sachen gezeigt. Sehr schön, oder? Ja. Sehr, sehr gut. Dann hatte ich zwischendurch das Kochoutfit an. Das war aber nicht ganz so cool. Und ja, das war das Thumbnail. So. So. Das war schon wieder. Ähm. Das hier... Die haben ja auch anderes Obst mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Apfelbirne ist. Aber auf jeden Fall fehlt nur noch Orange. Die Orange fehlt glaube ich noch. Die haben wir einen Fossil gingen. Da, da, da. Dann... Müssen wir hier mal eben hier buddeln. Für Materialien. So. Oh, Geld. Oh, scheiße. Scheiße, ich hätte noch ein Loch machen müssen. Ich hätte noch ein Loch machen müssen. Aaaaah. Okay, egal. Eins haben wir nicht bekommen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So. Super. Machen wir das mal weg, dann lesen wir mal die Nachrichten. Ey, man kann auch Online-Freunden Nachrichten schicken, das ist echt cool. Da hat mir Sam gestern einen Brief geschickt. Danke für deinen Besuch. Schönes Papier auf jeden Fall. Gileber. Ahoy, Moritz. Ich wollte mich bedanken, dass du mir das Leben gerettet hast. Aber ich hatte deine Nummer gar nicht. Deshalb hier per Post wie antikiert. Viel Spaß damit. Und nochmal danke. Von Gileber, dem Verschollenen. Uh. Achso, ich hab noch was. Zeige ich euch gleich. Sehr geehrter Herr Moritz. Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Meilenprogramm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie den bestellten Artikel. Wir hoffen, Sie bleiben uns auch weiter toll. Äh. Ich weiß gar nicht, was ich mir bestellt hab. Egal. Herzlichen Glückwunsch. Zur Feier der Vergrößerung deines Hauses haben wir ein Geschenk für dich. Was ist schließlich ein modernes Zuhause ohne nützliches Elektrogerät? Oh, ich hab doch schon eins. Ach, Mann. Äh. Punkte 99 Rang B. Du hast eine Menge Möbel gesammelt und dir ein wahrlich individuelles Heim geschaffen. Wir hoffen, dass dir das Geschenk gefällt und du dein Haus weiter verschönerst. Äh. Jona. Wer ist Jona? Liebe Leute, auf Nimmerland jeden Sonntag ganz früh komme ich zu euch auf die Insel und dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen, genau wie damals zu Omis Zeiten. Okay. Kann ich die eigentlich hier drin lassen? Ich glaube Schotten, ne? Boah. Ähm. Ich hab jetzt ein größeres Inventar. Das hat mich 5000 Meilen gekostet. Ich hab keine Ahnung, was ich mir da gekauft hab. Eine Schottenmütze tragen. Okay, dann laufen wir euch mal so herum. Ist auch in Ordnung. Nook Inkboy. Ah. Den Nook. Oh, den, den zeige ich euch gleich. Den finde ich nämlich richtig geil. Eine Waschmaschine, okay. Und ein Antik-Telefon. Schauen wir uns mal die Möbel-Sachen an, ne? Das Vogelhaus hab ich draußen platziert, weil wieso sollte ich's drin stehen, ne? Genau. Antik-Telefon an die Wand. Oh. Okay, es kommt dann hier neben das andere Telefon. An die Wand. Es ist echt was anderes. Ach, da sprich ich auch drauf. Okay. Okay, okay. Und eine Waschmaschine. Sehr gut. Zeig mal her. Von vorne. Okay. Kann man damit was machen? Och, Alter. Komm, Radio. Hallo. Geh mal da an die Wand. Danke. Und jetzt geht die? Ja, jetzt hört man's. Okay, wir gehen noch raus. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt heute eigentlich so vorhaben. Aber wir werden gleich bestimmt mit Aufgaben überschüttet. Auf jeden Fall müssen wir erstmal diese Blumen hier gießen. Äh, ich hab aber keine Gießkanne. Hab ich echt keine Gießkanne? Oh, ne. Äh, was brauchst du mal für die denn nochmal? Notfall muss ich dich kaufen. So, da hinten hätten wir Schleppsladen. Da können wir eigentlich mal vorbeischauen. Und hopp. Oh, ich liebe den Sprungstab. Dich nehme ich mal mit, weil ich gerade hier bin. Hallo, Nuki. Nukis. Oh, Tina. Oder ist das Tina? Oder ist das Lina? Am Anfang waren wir gar nicht wohl dabei, dass ihr auf eine verlassene Insel ziehen wolltet. Aber ich habe mich getäuscht. Hier ist es richtig schön. Die gute Luft, die Natur und verlassen ist sie auch nicht mehr. Wir sind ja noch nicht lange hier. Aber hier kann man es wirklich gut aushalten. Eugen ist ja auch super schnell hier eingezogen. und wir konnten dieses schöne Geschäft aufmachen. Und man weiß wirklich nie, was der nächste Tag Aufregendes bringt. Das macht so viel Spaß. Ui, da bin ich aber froh. Aber eigentlich? Naja, eigentlich wollte ich nur mal vorbeischauen und fragen, ob ich helfen kann. So vorher ist neun Ladens. Wir Schwestern helfen ja einfach von Natur aus gerne anderen. Aber es vielleicht irgendwas gibt, bei dem hier etwas Hilfe nötig wäre? Huch, Tina. Wir lieben von dir. Aber allein, dass du uns besuchst, haut uns schon richtig um. Ui, Moment. Wenn ich es mir so überlege. Oh, oh. Eine Idee? Sag, ich bin ganz ohr. Also, wir hätten da momentan noch einige organisatorische Probleme. Wir bestellen ja viel Post. Und naja, dieser Laden ist zwar eine Wucht. Aber bestimmte Sachen fehlen auch hier noch. Wir brauchen immer noch eine Adresse, von der wir Kleidung beziehen können. Oh, oh. Na, wenn das mal kein Glücksfall ist. Es ist nämlich eigentlich gar nicht so aufwendig, zu dieser Insel zu reisen. Ich könnte hier ab und zu hier das Nest hier reinstecken und den Leuten Sachen verkaufen. Wäre das was? Ob das was wäre? Na und ob. Die ganze Insel würde sich freuen. Und die Leute darauf auch. Spitze, Kleider für euch, viele Neukunden für uns. So macht man Geschäfte. Haha. Dann will ich mal lieber beeilen und mit meinem Schwesterherz die Einzelheiten besprechen. Hurra, Kleider für alle. Sagt rasch Bescheid, ja? Oh, hallo. Tschüss. Der Taschenrechner links ist ja süß. Oh, Moritz. Dich hatten wir ja ganz vergessen. Stehst du schon lange da? Dank deiner Hilfe konnten wir dieses wunderttolle neue Geschäft eröffnen. Ein Schmuckstück. Ganz nostalgisch. Unverkennbar haben wir dieses Etablissement Nuxlan getauft. Wie du siehst, gibt es bei uns Fertigmöbel, die nicht durch Basteln hergestellt werden können. Im Regal hinten findest du Werkzeug und allerlei Nützliches für dein Haus. Böden etwa. Wir wünschen einen reichen Einkauf. Und dass die Sternis reichen. Und dass die Sternis reichen. Okay. So, der Vater, so die Kinder. So. Ich möchte auf jeden Fall eine Wackegie-Skanne haben. Nämlich. Hab keine Lust, die mal zu craften. Ähm. Ah, ich weiß noch, was ich euch gleich zeigen wollte. Oh. Oh, hier gibt es neue Anleitungen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Äh. Schwungstab. Haben wir den schon? Oh, ich hab die schon. Okay. Nee, dann nicht. Dann will ich sie nicht haben. Ich würde mir ganz gerne die Tapeten anschauen. Oh, die ist hübsch. Ich glaube, ich nehme die erstmal. Die finde ich echt hübsch. Was nimmt mir da für den Boden zu? Wir gucken mal, ob der dazu passt. Nämlich. Ja. Super. Nee, danke schön. Ich kaufe jetzt hier eure Scheiß. Ach ja, guck mal hier. Hier seht ihr den Beutel ein bisschen besser. Das ist echt cool. Sieht echt gut aus. So, dann kaufen wir deren Sachen. Die verkaufen wir dann aber an ihnen auch direkt. Da, weil... Nepp und Schlepp, ähm, können ihren Laden verbessern. Also umbauen. Wenn man bei ihnen viele Sachen kauft. Ich glaube, so 100.000 Sterne ist oder sowas. Sowas früher zumindest, glaube ich. Und deswegen machen wir das ja auch. Und kaufen einfach alles. Und danach verkaufen wir es wieder an denen. Für einen blöden Preis auf jeden Fall. Hä? Ich habe die Sachen, oder? Ja. Aber wieso gibt es die da öfters? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo, hör mal. Ja, ja. Okay. Ja. Oh. Okay. Okay, okay. Dann kaufe ich gleich noch ein paar Rüben. Das Rüben-Geschäft startet also. Ja, 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 bla, bla, bla. Oh, Alter. Mann, ey, hallo. Ich will was verkaufen. Sie helfen leider aus steuerlichen Gründen sonntags keine Rüben ankaufen. Das verstehst du sicher. Also, was möchtest du verkaufen? Äh, das, das. Ach, Eugen hat ja heute wieder nicht auf, ne? Den da zeige ich euch gleich. Der ist nämlich richtig cool. Äh, den habe ich gestern so um 22 Uhr gefarmt. Werde ich in Zukunft auch in Fotos dann festhalten. Ähm, der bringt nämlich 9000 Sternis. 9000, wenn man den verkauft. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, wieso mein Mikro, ist das mein Mikro? Ich weiß nicht, wieso es heute wieder rauscht. Gestern war der Ton so gut, fand ich. Finde ich. Da hopp. So, Gießkanal, Gießkanal haben wir jetzt. Oh, da ist wieder ein Käfer drauf. Blumen sind nämlich sehr, sehr gut für Käfer. Und zack, daneben. Pff. Hahaha. Zack, daneben. So, gießen wir mal schnell hier. Och. Die Blumen sind echt schön. Die habe ich aus so einer Insel geklaut. Die kann man einfach abbauen, indem man mit einer Schaufel die ausgräbt. Und die bringen mir die ganze Zeit echt coole Insekten, die ich noch nicht hatte. So. Oh. Jetzt gieß ich da mal das Wasser. Oh, bitteschön. Ah, schon entspannt hier alles. Entspannt. Hinten ist ein Schmetterling im Hintergrund. Sehr schön. So, dich noch. Dann müsste ich eigentlich alle haben. Ja. Super. Super, super. Dann kann der weg. Und dann gehen wir mal gucken. Hier, okay. Das eröffnet dann wohl morgen. Habe ich auch noch einen Baum angepflanzt. Äh. Wir gucken mal auf der Karte. Zwei Zelte. Okay, ich dachte, vielleicht hätten wir schon einen neuen Bewohner. Oder wir müssen erstmal zum Platz hingehen. Das kann natürlich auch sein. Aber ist echt schön hier. Oh. Da hinten ist ein Ballon. Die habe ich gesehen. Da. Also, ich habe mir auch eine Zero, äh, eine Ocarina gekauft. Ja. Auf jeden Fall. Das hat die Welt gebraucht. Äh, mein Inventar ist größer. Habe ich mir 5.000 gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das erzähl... Oh. Sie will was, irgendwas. Jo, Gänseblümchen. Hatte schon jemand was über Emotionen erzählt, Heckmeck? Wenn du nicht weißt, wohin mit der Freude und ein knallharter Gefühlsausbruch ansteht, lass alles raus. Hierzu müsstest du ungeniert ZR drücken. Zack. Zack. Jeder weiß, wie du ich fühlst. Ohne. Kommt zur Feier. Sageskiste von mir ganz besondere Emotionen. 3, 2, 1. Blumenregen. Ich werde direkt auch die anderen anhauen, damit sie auch ihren knallharten Blumenregen präsentieren können. Cool. So. Oh, ich habe ja schon ein paar. Oh. Okay. 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 Aber... Wo ist es? Da. Und ich will gar nicht laufen. Okay. Ist es hier? Ich habe es. Ich habe es. Was war denn? Da bin ich gespannt. Auspacken. Kükenkostüm tragen. Das ist ja cool. Das behalten wir auch an. Hier, guck mal. Ich präsentiere ihn euch hier einmal. Boah, geil, oder? Wow. Dem möchte ich Eugen geben. Damit der Stolz auf mich ist. So, das können wir wieder. Ach so. Wir müssen ja die Steine noch abklappern. Weil jedes Eisen ist wichtig, Leute. So. Ich habe gestern auch einen Abend eine Spinne gesehen. Und die hat mich getötet. Oh Gott. Der arme Käfer wurde erschlagen. Oh, doch nicht. Er lebt. Er lebt. Ähm. Kesha. Daneben. Ich bin schlecht. Jetzt aber. Jetzt aber. Eine Kugelasse. Kugelasse? Kugelasse? Nee. Kugelasse. Kugelasse. Und das haben wir. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel Eisen wir in eurer Zukunft brauchen. Ähm. Wir können uns auch gleich mal das Handy anschauen. Das ist noch eine Kugelasse. Aber die brauche ich nicht. Eine reicht mir. Ach, da ist sie ja schon. Äh. Habe ich alles? Bin mir nicht sicher. Nee. Habe ich nicht. Hallo. Hallihallo. Ich heiße Jorna. Kennst du Sigrid, meine Oma? Omi kennen fast alle. Darum frage ich das auch jeden. Und sie meinte, ich bin ja jetzt schon ein großes Mädchen. Da könnte ich mit dem Familiengeschäft helfen. Ach so. Du weißt ja gar nicht, was das Familiengeschäft genau ist. Ich sag's dir. Rüben verkaufen. Sagt dir der Rübenmarkt was? Nein. Das ist kein Baumarkt oder so. Da werden Rüben gehandelt. Und zwar aus der Ferne über so. Leute wie mich. Genau. Und ich bin jeden Sonntag hier und biete frische Rüben an. Die zu dem Markt gehören. Ach. Ich bin so doof. Ich soll doch nicht so direkt fragen. Dann kauft doch keiner. Omi hat mir ja oft genug erklärt, was ich sagen soll. Also. Wie war das nochmal? Hä? Weißt du schon, wie der Rübenmarkt funktioniert? Das ist voll interessant. Äh. Ich weiß Bescheid. Oh. Echt? Puh. Da bin ich aber froh. Eigentlich verstehe ich ja selber nur die Hälfte. Hahaha. Im Moment kostet eine Rübe 94 Sterne. Magst du welche kaufen? Ja. Ich kaufe welche. Auf jeden Fall. Im 10er Pack? Oh Gott. Ach. 900, ne? 10. Was, was ist, wenn wir 30 machen? Wir machen mal so 60. Äh. 94, ja? Oh Gott. Ne, ne. 60. Okay. 94. 94. Ich notiere mir das mal lieber. Nicht, dass ich das dann vergesse. Über die Woche. Wenn es einmal höher als 490 ist, dann machen wir es auch direkt. 94. Rüben. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Fertig. So. Herr damit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Hier, bitteschön. Vielleicht sehen wir auch die Oma vielleicht irgendwann nochmal. Rüben, Rüben, werden groß. Reichtum fällt dir in den Schoß. Auch cool. So. Nux mein Kacker hier. Äh. Plus mein hier. Dankeschön. Haben wir hier auch noch was? Ja. Hier haben wir auch noch was. Blumengießer. Sehr schön. Der Traum vom Eigenheim. Das heißt, wir können noch dreimal unser Haus vergrößern. Interessant. Emotionsmeister. Sehr schön. Ähm. Oh, hier ist noch was. Rüben Spekulant. Sehr schön. Hier unten ist nichts mehr. Okay. Dann. Habe ich noch die Erweiterung für Designs gekauft. Profi-Designs. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Okay. Das sieht so ein bisschen aus wie Minecraft-Skins tatsächlich. Wir gucken einmal kurz rein. Einmal kurz rein. Ah. Hier kann man. Oh. Hier kann man wählen, was man für einen Hut haben möchte. Ist auch cool. Äh. Ach so. Mit L. Mit L. Mit L macht man die Farmer so anders. Okay. Und dann. Uh. Okay. Kann ich das nicht direkt ausfüllen? Das ist mir irgendwie. Zu nervig. Füllen. Füllen. Danke. So. Das würde ich auch ganz gern füllen. Ach Gott. So. Das hier soll nämlich oben sein. So. Guck mal. Dann können wir uns nämlich einen schönen Zylinder vielleicht machen. du 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 du. So. Das hätten wir so. Dann er oder? Ne er. Er. Ach. Er runter drücken. Was ist das? Das ist das hier. Okay. Ich möchte mal hier bisschen ausprobieren. Das sieht ja eigentlich schon lustig aus mit diesen Strichen da. Aber die will ich nicht haben. Die will ich nicht haben. So. Komm 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 komm. Schneller. Schneller. Ja. Obwohl wir müssen uns ja gar nicht so hetzen. Spiel ist ja eh schillig. Ich muss auch sagen ich gucke mir aktuell sehr sehr viele Streams an. Von dem Spiel hier. Aber die sind noch alle nicht ganz so weit wie ich. Und deswegen kann ich das auch machen. Das sieht aber nicht so toll aus. Wie sieht es denn mit weiß aus? Ein weißer Hut. Ich glaube ich mache mir einen weißen Hut einfach. Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool. So einen weißen Hut. Vielleicht noch mit einem Rand. Mit einem schwarzen Rand. Er. Wo wird der Rand angezogen? Oh nein. Ich wollte nicht füllen. Äh. Werkzeug. Stift. Und schwarz. Wo ist der Rand? Ich sehe den Rand gerade noch nicht. Wo ist denn der Rand? Hallo? Ich sehe den Rand nicht. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich den Rand. Okay. So. Perfekt. Und dann machen wir noch mal hierher. Und dann machen wir noch mal hierher und ändern das hier auch zu Rand. Werkzeug füllen. Werkzeug füllen. Und dann hätten wir so einen schwarz-weißen Hut. Finde ich eigentlich ganz lustig. Wir können natürlich hier oben auch noch mal ein Kreis machen. Wir können natürlich hier oben auch noch mal einen Kreis machen. Perfekt sein, ne? Genau. Ach ne. Ich wollte da füllen. Oh Gott. Ne, ne, ne. Zurück. Ich war noch nicht fertig. Ach, Mann, ey. Okay. Okay. Yeah. Profi-Muster 1. Äh. Design ändern. Noch mal reingucken. Äh. Ich möchte... Ach, ne. Jetzt habe ich schon wieder... Ach, Alter. Ich raste hier aus. Ich habe schon wieder Plus gedrückt. War das nicht Plus? Ne, Y, ne? Ach, kacke. Noch mal reingucken. Äh. Design ändern. Niesmal drücke ich, was da steht. Wo steht es nochmal? X. So. Füllen. Oh. Nicht mit Rot. Nicht mit Rot. Mit. Weiß. So. Perfekt. Perfekt. Okay. Eigentlich wollte ich noch einen Stern machen, aber ich habe wieder auf Plus gedrückt. Deswegen lassen wir es jetzt einfach. Profi-Must. So. Dann können wir mal anziehen. Tada. Sieht lustig aus. Auf jeden Fall. Natürlich erhalten wir wieder direkt eine Medaille. Eine Meile. Da haben wir es. Design Profi. Danke, danke. So, dann gehen wir mal Richtung Stadtplatz. Oh, hier haben wir noch ein Loch. Ist das eine Falle? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Oder daneben. Ein Versiel. Cool. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Schade. Ach. Hier sind ja auch noch Blumen. Hier gießt ihr auch mal eben. Ist ja cool, wenn die Bewohner das gießen würden. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Oh. Die ist kaputt. Ja, okay. Dann. Sorry, Blumen. Ich habe kein Wasser mehr für euch. Vielleicht machen die Bewohner was mit euch. So, er sitzt hier geschillt. Jo, trenne es so fleißig, Kumpel. Ich will plaudern. Lass dich von mir nicht stören. Ich sorge auf Nimmerland für Frieden und jogge täglich Patrouille. Okay. Dann. Hier ist auch nichts, weil hier ist kein Vogel. Julia war da. Apfel und Hai. Und da sehen wir auch schon wieder noch ein Ding. Also diese Geschenke, die sind hier nicht selten. Ich sehe sie irgendwie relativ oft. Äh. Ah, da. Oder neben. Ich hab's. Ich hab's. Muss denn das Geschenk hier? Ach, da oben. Auspacken. Lehm. Okay. In Ordnung. Hatten wir da rechts nicht noch irgendwie ein Dings gesehen? Einen Stein? Egal, wir gehen erstmal hier rein. Hallo, Nurk. Oh, hallo, Moritz. Dein Zuhause ist jetzt viergräumiger, oder? Etwas mehr Platz ist nie verkehrt, dann gäbe es noch eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 198.000 Sternis, hm? Ach ja, bitte führe Rückzahlungen wie zuvor über den Bankautomaten aus. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Cool. Oh, Moritz. Geht's dir gut? Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Guten Tag, Ink am Apparat. Wie? Wegen unserer Werbung? Ach so, ach ja. Aber natürlich. Nur keine Sorge. Eine volle möblierte Unterkunft ist in jedem unserer Urlaubsangebote eingeschlossen. Hä, wieso habe ich keine Unterkunft bekommen? Ach so, aber nein, aber nein. Der Einzugstermin wird erst später festgelegt. Bitte? Aber ist doch selbstredend. Ich setze nur schnell den Vertrag auf. Danke. Das könnte etwas dauern, wäre das? Ja, ach, das ist nett. Danke. Dann melden wir uns sobald das Dokument fertig ist. Dankeschön. Moritz, danke für deine Geduld. Du hast das Gespräch am Telefon gerade mitgehört, hm? Hm, ich mache schon länger Reklame für das reife Nimmerland-Paket und wie das Glück so haben will, haben sich ganz unverhofft drei Interessenten auf einmal gemeldet. Oh, ist doch toll. Ja, ja, ich kann nicht klagen. Das Geschäft läuft gut, hahaha. Wobei, ein Manko hat die Sache und das bringt auch gerade um den wohlverdienten Schlaf. Meine drei Interessenten sind nicht besonders angetan von der Idee, in Campingzelten zu nächtigen und in meiner ehrlich erfundenen Fürsorglichkeit habe ich ihnen voll möblierte Häuser versprochen. Drei auf einmal mit allen drum und dran und Pi und Pa und Po. Wo soll ich sie nur herschaffen? Ich kann sie mir ja schlecht aus dem Pelz hervorschütteln. Oh, ne. Muss ich jetzt die Materialien dazu sammeln? Ne, das ist nicht dein Ernst, Tomnuck. Aber weißt du, Moritz, es kann kein Zufall sein, dass dich Just heute zu mir verschlägt. Das ist ein Wind, das schlägst als mit dem Zaunfall der Insolvenz, wenn du mir folgen kannst. Ich wage ja gar nicht zu fragen, aber könntest du vielleicht einspringen und mir helfen? Selbstverständlich werde ich mich auch erkenntlich zeigen und dir helfen und so. Sag, hilfst du mir aus der Patsche? Okay. Danke, danke, danke. Ich bin dir auf alle Ewigkeiten ergeben. Ach so, am besten gebe ich dir vorher ein paar ultrageile Infos, die dir helfen werden. Sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Und unser Erkennungsspruch lautet, was soll ich tun? Kapiert, prächtig. Hach, ich fühl mich glatt, wie im Agentenfilm. Ja, was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Huch, bereit mit anzupacken? Also, ich hab mir so überlegt. Als erstes sollten wir irgendwo eine Brücke über dem Fluss bauen. Bei drei neuen Häusern wird uns sonst noch der gut zugängliche Platz knapp von Gebäuden. Eine Brücke bietet nicht nur Raum zum Ausweichen, sondern auch tolle neue Gestaltungsmöglichkeiten. Daher wollte ich dich talentierten Bastelmeister bitten, alle Teile für den Brückenbau zu besorgen. Dafür darfst du dann auch selbst bestimmen, wo unsere schmucke Verkehrslösung gebaut werden soll. Okay? Fertig, soeben habe ich dir eine Anleitung für dein Brückenbau-Kit aufs Nook Phone geschickt. Sobald das Brückenbau-Kit komplett ist, such dir ein schönes Plätzchen dafür aus und sag mir Bescheid, ja? Und wenn dir die Sache irgendwie Probleme machen sollte, dann komm einfach zu mir und ich berate dich. Viel Erfolg, Moritz! Äh, hattest du nicht noch irgendwas? Keine Ahnung. Einweihung feiern. Ah, du willst mitfeiern, Moritz? Wir wollen die Fertigstellung von Nuxladen feiern. Hast du Lust? Ja, habe ich. Klasse! Lass uns anfangen. Cool. Cool, cool, cool. Also dann. Nuxladen wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Ja. Schön. Danke, vielen Dank. Nimmerland war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassenen Insel. Doch nun, nun sehen wir stetiges Wachstum dank der Benühungen von nun ja, von euch allen. Ja, ist klar. Nun möchte ich Nepp und Schlepp um ein paar Worte bitten als Repräsentanten von Nuxladen. Nepp, Schlepp, wenn ihr so freundlich wärt. Danke, Nimmerland. Ihr seid alle der Grund dafür, dass wir einen richtigen Laden aufmachen konnten. Mein Bruder und ich werden hart daran arbeiten, eure Erwartungen zu erfüllen. Also besucht uns oft. Ja, ich komme oft vorbei. Ja, ja, ich danke euch beiden. Und nun ein paar Worte von jemandem, dessen wertvolle Beiträge Nuxladen es möglich machen. Ich spreche natürlich von mir. Ho, ho, ho. Oh, unserem Insel-Sprecher. Möchtest du dem etwas hinzufügen? Wir sind spitze. Ha, 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 ha. Ja, Applaus. Tja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Moritz. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, das dazu drücken. Und? Ja, in diesem Sinne, Nuxladen sowie Nimmerland verdienen. Zum Abschluss ein lautes Hurra. Hurra. Uhu, schön. Schön. Sehr, sehr schön. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Ey, die kommen gar nicht mehr rüber. Die müssen jetzt da leider bleiben. Ah, ne, er ist wieder hier. Okay. Okay, also Brücke. Was brauche ich denn für die Brücke? Können wir mal gucken. Kann ich euch die neuen Rezepte auch zeigen, die ich jetzt habe? Hallo, Nuki. Etwas herstellen. Okay, Brückenbau-Kid. Baumstamm-Fileset. Woher kriege ich das denn? Okay. Ah ja, wir haben hier ein paar Items schon. Ich weiß nicht, was Neues. Aber zum Beispiel Sauna-Ofen ist, glaube ich, neu. Sukkulente. Dafür braucht man einfach nur eine Dose, die man gefunden hat. Baufall-Ding-See. Kriegt das vielleicht hierher? Ja, komm, gib mir mehr. 100. Dritter Tag in Folge. Super. Nuk-Meilen einlösen. So, wir hatten noch ein Meilen-Ticket. Das können wir auch gerne machen. Ähm. Ja, sonst gibt es ja eigentlich nur nicht so vieles. Deswegen, würde ich mal sagen, wir kaufen einfach ein Meilen-Ticket und besuchen gleich eine andere Insel. Einlösen. Oh, wird gedrückt. Wird gedruckt. Und dann brauche ich irgendwie dieses Baum-Dings, die Dings. Äh, ja, ich möchte noch was auswählen. Achso, ne, da nicht. Bitte wählen Sie einen der folgenden Service aus. Nook Shopping würde ich gerne nochmal nachgucken. Achso, das ist ja jetzt ein Katalog. Stimmt ja. Ändert sich das hier jeden Tag? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Hier unten ist der Katalog. Okay. Okay, okay. Dann beenden wir hier mal. Gehen nochmal hier dran und gucken mal, ob wir so ein paar Umfall-Dings hier schon haben. Äh, nee. Okay, nee. Steinhocker. Bauklotz-Set. Ist das das? Was brauche ich dafür? Baumstamm-Fall-Set. Nee. Ist es nicht. Oder muss ich dafür Bäume abfällen, damit ich das habe? Das kann natürlich auch gut... Ach, hier. Ah, das sind Zäune. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, das können wir gleich easy machen. Sehr gut. Sehr gut. So, nehmen wir dich hier immer mit. Brauche ich aber meine Axt. Ah, die Axt habe ich gar nicht. Muss ich erst mal herstellen. Äh, wie viele Stöcke habe ich? Zwei. Zwei reichen nicht. Dann muss ich hier erst mal wieder auf Stöckejagd gehen. Ah, die Brücke, die können wir easy jetzt herstellen. Also wirklich, das können wir in dem Part machen. Wir sind ja erst bei 40 Minuten schon wieder. Kommt mir irgendwie viel kürzer vor. Als ob wir erst nur 10 Minuten spielen. Oh nein. Äh. Schnell rein. Hallo Nuck. Tschüss. Nuck. So. Dich nehme ich. Ja, das ist unsere Insel-Tour. Den Stein hatten wir ja bereits. Hallo. Hm, wieso waren da Löcher? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich echt nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen. Es können auch Möbelstücke runterfallen. Das ist auch ganz cool. Da haben wir Geld. Mal gucken. Ich glaube, ich mache mir so drei Äxte vielleicht. Da haben wir noch ein Fossil. Das schnappen wir uns nicht. Ach ne, wir haben ja keine Schaufel mehr. Müssen wir uns auch neu kraften. Hast du noch eins? Ah, hier. Doppelsofa. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ich mache mal wieder so. So finde ich es irgendwie schöner von den Einstellungen her. Und dann sehen wir im Hintergrund einen schönen Fisch und ein Schmetterling und ein Stein und eine goldene Stelle, die mir... Oh, ich brauche eine Schaufel. Ich brauche eine Schaufel, Leute. Da haben wir eine... Irgendwas. Aber bis ich hier... Meinen Fächer ausgewählt habe, ist der eh schon weg. So, dann kraften wir uns jetzt ein paar Äxte und ein paar Schaufel. Eine Schaufel reicht, glaube ich. Ach, Alter. Lass mich rein. Oh. Boah, ich bin um 8.10 Uhr, glaube ich, aufgewacht. Habe mir schnell Zähne geputzt. Und dann dachte ich mir so, oh, ich will nie mit Crossing weiterspielen. Ja, und deswegen spielen wir das jetzt. Okay, Leben und Steine müsste ich eigentlich noch ein paar haben. Äh, ich wollte mir eine Äxte und eine Schaufel machen. Das möchte ich... Ach, Hartholz brauche ich dafür. Okay. Müssen wir eh erst mal Äxte machen. Da-da-da-dam. Da-da-dam. Yeah. Die Wackelachse fertig weitermachen. Noch einmal eine Wackelachse. Hurra, die Wackelachse fertig weitermachen. Noch eine. Wir brauchen noch eine. Schatzi. Hier. Ja. Und ich glaube, ich bringe erstmal die Fische nach Hause. Weil sonst stören die mich im Inventar. Sagt genug fürs Erste. Tschüss, Nook. Ach, okay, weil die habe ich schon. Ach. Ach. Hallo. Hallo. Hallo zu Hause. So. Du kannst ins Inventar. Du auch. Du auch. Du auch. Oh, ich gebe ich dann morgen ab, wenn das Museum endlich mal fertig ist. Kugelassel. Du kannst auch mit. Besuchskimino. Geht auch ins Lager. Oh. Oh. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Horizontal. Was? Wie sieht es denn vertikal aus? Äh. Vertikal. Okay. Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Oh. Oh. Sieht echt gut aus. Mein Ticket behalte ich mal. Da gehen wir nämlich gleich noch hin. Fossil ins Lager. Döbel ins Lager. Sandläufer. Wir können auch jetzt zur neuen Insel gehen. Also zu einer anderen. Äh. Ich würde euch lieber ablegen, damit ich euch nicht vergesse. Weil das kann bei mir ein sehr schnell der Fall werden. Das möchte ich ja behalten. Äste behalte ich auch erstmal. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als erstes auf die neue Insel. Wir haben ja jetzt... Ach nee, eine Schaufel wäre noch ganz praktisch. Das stimmt. Äh. Was braucht man nochmal? Hartholz, ne? Obwohl, das können wir eigentlich auch schnell fahren. Ach, das fahren wir eben, oder? Oder nutze ich jetzt hier meine Vorräte? Nee, ne? Nee, nee. Das fahren wir jetzt einfach. Habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. Obwohl, das können wir eigentlich auch auf der Insel fahren. Ja. Fahren wir auf der Insel. Ja, dich holen wir später, ja? Ich spiele bestimmt nachher auch nochmal hier Animal Crossing, wie ich mich kenne. Obwohl ich eigentlich gestern echt nach der Aufnahme aufhören wollte. Aber dann wurde ich sowas von zugetextet. Moritz, kann ich auf deine Insel? Vielleicht machen wir ja später dann. Ja. Weil gefühlt spielt meine ganze Freundesliste Animal Crossing, Alter. So. Alles da klar. Okay, dann guten Flug. Oh, Bambus. Nice. Kommt zu Laumen, aber Flug reinbar. Komplott ist sicher auf der Zielinsel gelandet. Nur zu. Ich warte hier und fliege nicht weg. Komm vorbei. Das Problem ist, hier gibt es jetzt keine Bäume, oder was? Oh, na. Oh, Gott. Wird nur die. Geben die mir auch was? Ich weiß es nicht. Ja, geben sie. Aber ich brauche Hartholz. Schatzi. Ich gebe mir mal Hartholz. Oh, wir haben echt eine coole Insel gefunden. Die Blumen, die schnappe ich mir auch. Die schnappe ich mir leicht. Hartholz, ich brauche Hartholz. Da ist ein Hartholz. Und wir brauchen fünf Stück. Das sieht schwarz aus, Leute. Ich glaube, ich kriege keine Schaufel. Kacke. Kacke. Kriege ich aus euch irgendwie? Ach, Bambus. Ich will kein Bambus eigentlich. Okay, egal. Egal. Ach, man. Okay, zwei Hartholz hätten wir schon mal. Aber ich glaube, da ist nur noch ein Baum. Das wird leider nichts. Leider wird das nichts. Oder? Drei Hartholz hätten wir. Schade. Schade, schade. Alter, ist da ein großes Viech, oder habe ich mir das eingebildet? Achso, das ist eine Heuschrecke. Hier haben wir noch nicht. Die schnappe ich mir. Oder ist... Nee, nee, die heißen die Heuschrecke. Ich glaube, das ist so eine Art Gottesanbieter in den grünen. Oder? Was ist es? Oh, oh. Ein Gottesanbieter in. Ha! Oh mein Gott, ich bin gut. Ich dachte, wie wer weiß. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ich habe keine Schaufel heute. Wie viel Hartholz habe ich? Drei. Drei reicht, glaube ich nicht. Oder? Oh, alter. Ich... Alter, diese Box, ne? Ah, da. Etwas herstellen. Schaufel. Oh, ich brauche echt fünf. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich brauche Werkzeug. Werkzeug? Es gibt nichts, was es in unserem Ballmenü nicht gibt. Ach, Glück gehabt. Oh mein Gott. Das passt. Perfekt, danke. Alter, wenn ich Werkzeug brauche, dann pflege ich hier hin. Alter Schwede. Preiswerter gibt es? Dann geht das gar nicht. So, ausrüsten. Dann schnappen wir uns mal von... Jeder sollte vielleicht zwei. Dich einmal, danke. Mh, eine rote. Und noch eine rote, danke. Dann eine... Noch eine weiße. Weiß haben wir schon zwei, ne? Ne, eine. Okay. Okay, dann hätten wir auf jeden Fall noch eine gelbe. Die hole ich mir gleich. Oh, ein Bambus Setzling. Äh, früher haben die Bambusse doch immer Wasser gebraut, oder? Ist das jetzt anders? Ich glaube schon. Sie sieht dann noch aus. Och, Mann, ey. Mann, ey. Egal. Ich habe das Lied immer noch nicht gehört. Ich weiß nur, dass alle egal singen. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt habe ich es aber. Los. Gebt mir die Materialien. Gebt mir Eisen. Eisen ist, glaube ich, seltener. Ich habe außerdem aus einem Geschenk, ähm, hier, ne? Ballon. Habe ich ein Golderz bekommen? Ähm, ja, schon krass, oder? Weil, bis jetzt habe ich noch keinen Golderz aus einem Stein gezogen. Gezogen, als ob das Lootboxen wären. Ja, Moritz. Genau. Okay, die kann ich nicht ausgraben. Ist das ja eigentlich auch Schrott? Ist das Unkraut? Das Unkraut. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, hier haben wir auch noch, äh, ein Dingsi. Ja, machen wir mal ganz schnell zwei Löcher hin. Und gucken, was hier drunter ist. Eisen. Leben. Ah. Super. Fünfmal Eisen ist gut. Sehr, sehr gut. So, dich schnappen wir noch. So, da müssen wir jetzt von jeder zwei haben. Oh. Sorry. Ich wollte dich nicht verschrecken. Kleines Ding. Ha, ich hab dich. Oh. Eine Orchidee, Mantis. Ich sehe Freundschaft. Ja, ich sehe auch Freundschaft. Äh, habe ich jetzt überhaupt noch Platz? Ja, für einen habe ich noch Platz. Äh, Werkzeugregen. Wo ist denn mein Schaufel hier? Die ist nicht mehr abgebildet. Finde ich ja schon wieder traurig. Ausrüsten. Und ausgraben. Noch eine Sprosse. Okay. Dich nehme ich noch. Wie sich das anhört, dich nehme ich noch. Eins, zwei. Super. Äh. Okay. Nur zwei. Hallo? Alter. Drei. Dankeschön. Ich hatte mal besseres Glück. Was ist das da links auch noch eine Bambusprosse? Ich weiß es nicht. Muss man die nicht mehr am Wasser platzieren? Weil, die sind alle nicht mehr am Wasser. Wie früher. Das finde ich seltsam. Ist hier noch eine? Hier ist noch eine. Alla. Ihr verbreitet euch aber sehr. Ich frag mich, wann meine Schaufel kaputt geht. Ob die das hier noch aushält? Oh, Heinz. Hallo. Ich brauch mehr Eisen. Leute. Ich weiß nicht, was ich später noch bauen muss. Wofür ich Eisen brauche. Leute. Bestimmt für das nächste Haus. Ja, dann. War's das, glaube ich, oder? Ich muss einfach gucken. Es kann auch ein Fossil sein. Leute. Okay. Okay, es ist kein Fossil. Leider. Oh, da ist sie kaputt. Okay. Ich kaufe mir trotzdem eine. Dann muss ich mir nämlich keine Craften zu Hause. Hahaha. Da gebe ich gerne 100 Meilen für aus. Äh. Ich brauche Werk... Oh. Moment. Möchte ich gar nichts. Ich habe dich verarscht. Ich möchte was haben. Ich möchte eine Schaufel. Ja. Ja. Eine Schaufel für 100. Ist echt preiswert, ne? Wow. Das passt perfekt. Danke. Okay. Oder fehlen mir Bananen? Bananen fehlen mir auch, weil Bananen soll es ja auch geben, habe ich gehört. So. Fliegen wir zurück. Ja. Ich möchte... Du willst Fluch-Schokopudding mit Zier in Nimmerland nehmen? Ja. Los geht's. Schokopudding. Mag ich nicht. Mann. Ey. Hab kurz was getrunken. dann gehen wir mal mit einem vollen inventar hier raus und sagen der welt hallo 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 und die blumen die pflanzen natürlich neben einem haus die kokosnüsse wachsen die eigentlich ja die wachsen auch sehr gut da haben wir noch die stelle ich habe glaube ich keine inventar platz deswegen doch hätte ich zumindest für ein aber wir gehen erst mal zu mir nach hause platzieren die blumen hier auf meine blumen auf meiner blumen insel die werden jetzt erstmal noch hier wenn dem platziert aber später irgendwann dann wirklich die hauptgebäude da sind dann kann ich schon langsam eine stadt plan so sehr schön ja die bambus die werde ich mal bambus wo ich die denn haben ich weiß ich weiß nicht wo ich die haben will zum fahren kann ich dir einfach hier mal neben das haus setzen das stimmt schon ach so ach ich habe ja eine schaufel ich habe nicht stimmt habe ich mir gerade geholt stimmt so und pflanzen ich weiß nicht ob ich die irgendwie gießen muss aber ich glaube nicht so ich platzieren nummer drei weil ich weiß nicht ob die dings brauchen dings 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 oder sitzt da immer noch und da haben wir auch noch eins und raus mit dir einfach sie und hier unten war da auch noch genau ich habe einen tausend stern gesagt gefunden cool 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 in den geldbeutel endlich sind wir wieder reich leute so hier machen wir auch noch einzeln und gibt mal eisen 2 3 4 4 5 5 ist in ordnung dankeschön was soll die machen ich weiß es schon gar nicht mehr ich glaube ich bin das mal eben nach hause und danach können wir eben holzfarm gehen ich will den hut doch schrecklich ich werde nicht mehr haben gut weg damit danke doch die sammle ich nur auf da bin ich schon wieder und das kann das kann ins lager ins lager die gottesanbeter in westen lässt fossil erste beilte ich euch idee ging sie bambus bambus hartholz weil ich mal ich glaube das brauche ich gleich noch ja so so sieht es ganz gut aus muss sagen die tapete die gefällt mir echt wir passen nicht dazwischen das ist ja was okay ich glaube den kredit den werde ich heute heute nicht schaffen aber vielleicht schaffen wir den morgen aber ist ja auch kein stress eigentlich also ich wollte hier bäume 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 wir brauchen holz zack 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 ja sonst über was können wir reden also spiele technisch weiß ich gar nicht was dieses jahr überhaupt noch rauskommt ja wir können auch bisschen reden über die abgesagte pk denn das besondere war diesmal dass wana bosch studies auch eine pk halten wollte zu 3 titeln zu batman zu zu meinem favorite game repotter endlich aber das wird ja leider abgesagt und das dritte weiß ich gar nicht mehr auf jeden fall zu drei spielen und ja ich würde mich echt wahnsinnig freuen wenn dann die tag oder dann zur e3 zeit dann den trailer veröffentlicht wird von dem neuen harry potter aber da bin ich ja sowas von heiß drauf wirklich 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 vor allem der trailer also der league der sah echt toll aus wirklich ich kann nur wirklich sagen weil wir wirklich wirklich ist man mann mann da freue ich mich echt drauf dafür würde ich mir sogar eine playstation 5 oder eine xbox wie heißt die neue weiß ich gar nicht ich weiß gar nicht wie die heißt also playstation 5 ist ja klar aber wie heißt denn die neue xbox ich weiß das echt nicht also mir fällt gerade der name nicht ein fällt mir nicht ein sorry leute sorry an alle xbox fans noch mal holz der holz fäller in mir wir können gleich auch noch mal bei den meilen gucken ob da vielleicht oder auch im shop also im nepp und schlepp shop ob die bauanleitungen vielleicht besser sind für bessere für ein besseres werkzeug vielleicht was länger hält als nur weiß nicht fünf bäume und dann ist es kaputt aber eigentlich geht es mir um die gießkanne weil wieso sollte eine gießkanne kaputt gehen ja hallo da kommt nur wasser rein und wasser geht wieder raus verstehe ich nicht hier kommt es gibt auch fische die nur nur noch bis zum märz da sind und die dann erst wieder im januar kommen die will ich auch noch ganz ganz gerne fangen weil bis januar das dauert ja noch hallo okay die ist auch kaputt oh je meine wackelaxt hat wohl ausgedient egal eine wackelaxt haben wir hier noch zum glück zum glück oh gott wir sind schon wieder bei einer stunde ja also irgendwie vergeht die zeit im spiel echt schnell rasend schnell würde ich sogar sagen das ist bisschen beängstigend weil gefühlt haben wir wieder gar nichts gemacht okay dann würde ich einfach mal sagen ich glaube das holz das reicht mittlerweile wir gehen mal hier schnell rein ich renne außerhalb nicht so gerne weil ich habe angst dass dann das grüne gras weg geht weil sowas früher so etwas herstellen kann ich die herstellen ich brauche ach so wie viele brauche ich 44 steine baumstallfett vier stück brauche ich okay 1 da da weitermachen 2 als ob ich die steine zu hause gelassen habe belastend 3 und 4 super das heißt ich brauche jetzt noch vier steine ok die frage ist wieso habe ich sie nicht direkt mitgenommen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich bin halt nicht so schlau weiße ich bin halt guck mal ich bin da noch ein baby sieht echt komisch aus das kleid als ob babys so einen dicken arsch haben haben wir so einen dicken arsch weiß ich nicht keine ahnung so auf jeden fall gucken wir mal ins lager das sollte auch schon gut bestückt sein guck mal wie viele wir haben ja voll viele doppelt die können wir dann mal irgendwann verkaufen und hier der riemen fisch der bekommt sogar ein pool so hier haben wir steine in die tasche in die tasche und zurück zu nukibuki ich komme und dann bauen wir die brücke ursprünglich wollte ich die hier haben aber jetzt sind meine blumen hier deswegen würde ich die dann entweder da oder wir machen die rechts vom museum hier hin ich glaube wir machen sie hier hin ja ich glaube schon ich glaube schon hallo nuk etwas herstellen so hier bereit ein brückenbau kit hallo moritz was darf sein was liegt an was soll ich tun ich bin unentdecklich ja bla 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 brückenbau kit ok nein danke habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich gesammelt dann würde ich das gerne hier haben wollen hier eine herrichten genau beim stammbrücke mal sehen schauen uns das mal an ja ja sieht doch ganz okay aus oder hast du das dauert noch okay gern dauert das denn ein tag ich weiß es nicht ich glaube es dauert einen tag oder ich er braucht jetzt noch materialien von mir das wäre es bitte nicht tom look bitte nicht auf der insel war überhaupt kein bewohner ne wo wir gerade waren stimmt ah moritz hallo hallo also falls ich mal fragen darf hast du denn schon ein plätzchen für dein brückenbau kit gefunden alles passiert verzüglich vortrefflich ich danke dir ja ja dann haben wir morgen eine funkelnage neue brücke die allen hier das leben noch leichter macht und damit können wir uns gleich aufs nächste projekt konzentrieren nämlich neue häuser frag einfach was soll ich tun jetzt leicht oder wenn die brücke fertig ist dann geht es weiter was soll ich tun was soll sein was liegt was liegt an sage ich bin ganz ober was soll ich tun falls es um die brücke geht dies erst morgen fertig oder wolltest du schon mit den häusern anfangen hier lass mich dir drei hausbau kids überantworten überantworten ach cool die brauchen wir nicht herstellen das ist perfekt ok ja wohl nicht gemacht werden möbel und dergleichen daher liegt jedem hausbau kit eine liste mit der nötigen einrichtung bei als ob wir die einrichtung selbst machen müssen alter das dauert ja jahre bestimmt und das war es auch schon auf richtiges dank für deine hilfe ok wir haben irgendwas bekommen ich schau mal ah ok sowas draußen zu haben ist echt cool war schön kirchenlautsprecher ist ja cool und türkranz oder so ja tatsächlich kann man den benutzen das wäre auch cool ist auch cool aber ich schreibe mal eben ines hier guten morgen oh hä ines spielt doch dachte ich ok dann nicht dann nicht dann gucken wir mal achso warte ich bevor wir hier reingucken möchte ich mal eben nuck malen da haben wir schon möbelmacher 300 sonst nichts nee sonst nichts dachte ich vielleicht für eine brücke oder so so alltags werkzeuge die haben wir glaube ich neulich ja ein lösen super die anleitungsdaten wurde in ihrer app abgespeichert vielen dank für die nutzung ja nuck freut sich auch wuhu wuhu schauen uns die mal eben an was ist neu ja besser oder steinax ja bessere werkzeuge oh mein gott endlich endlich oh mein gott oh mein gott ach so die kann ich gerade nicht herstellen ok perfekt endlich eine bessere gießkanne supi so dann mache ich mir mal eben eine etwas herstellen und zwar eine wackel gießkanne wo ist sie denn da herstellen ja weitermachen daraus machen wir mal direkt eine gießkanne dann machen wir uns noch eine axt und doch eine schaufel würde ich sagen ja super 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 tschüss nook dann achso die haben wir jetzt ne ja ich würde aber vorschlagen wir gehen mal eben hier hin und gießen die restlichen blumen bitteschön ach guck mal oh mein gott hätte ich das gewusst hätte ich hier gestanden das ist ja mega gut das ist echt mega cool ich fasse es nicht guck mal ich stell mich hier hin und dann tada da alter das ist echt sehr sehr praktisch das ist wirklich praktisch das geht jetzt viel viel schneller viel viel schneller hier waren auch noch irgendwo blumen da hinten da hinten die parmela die angelt da irgendwas schönes ich kann mich glaube ich so hinstellen dann treffe ich alles ja sehr schön okay dann gucke ich mal ganz kurz auf die karte ich möchte ganz gerne die häuser auf der anderen seite haben weil ich gerne so eine bergstatt zu haben möchte mit hügeln und so die bietet deswegen bietet es sich eigentlich an die häuser hier überall hin zu planten ähm pause ah ne hier nicht so hier ist zum nook also nook so dann möchte ich auf jeden fall hier eins haben hier ein hierher richten oh mein gott ist das groß what the fuck wieso ist das so groß wieso ist das so groß nee nochmal überlegen äh wir können dich vielleicht hierhin machen hierher richten ja ja mal sehen was wird das denn wie das das museum ne ne achso ok ok ich hab überhaupt keine ahnung was das jetzt hier wird wieso das so groß ist ich bin grad bisschen wow hallo bist du es moritz ja ja hier tom nook was macht die grundstückssuche läuft super soweit vorzüglich dann läuft also alles wie am schnürchen wirf mal einen blick auf die box die vor dem grundstück steht so siehst du was gebraucht wird sachen die später im haus stehen gehören in die box den rest stellst du einfach ins reihe aufs grundstück soll ja schließlich auch was her machen das ganze stimmt's oder hab ich recht wenn die drei grundstücke feststehen und du alles abgeliefert hast dann melde dich wieder bei mir ja ich warte im service center auf dich danke nochmal für dein eifer ok was brauchst du denn alles items für drinnen kirchlautsprecher topf und so ok 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 so jetzt brauchen wir noch einen ort vielleicht machen wir den einfach direkt hier neben strand ist natürlich eigentlich sehr sehr cool hier ein hier her richten geht nicht ganz da müssen wir hier hingehen hier ein hier her richten oder eins nach unten und hier her richten ja 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 mal sehen zeig mal her schatz oder haben wir noch ein fossil sehe ich gerade ok ist in ordnung du musst jetzt hier geil ja bisschen du müsstest einen kleinigkeit anfertigen und zwar ein kranz aus blut wenn man die kippen auf der insel hochklettert findet man welche kleiner tipp des hauses ich habe dir eine bastelanleitung für einen leiter geschickt oh mein gott mega gut dann baue ich da oben haus direkt überzeugt leute ich brauche die leiter ich brauche die leiter so rein damit habe ich jetzt nicht gerechnet tatsächlich so hallo lucky lucky ist denn da ist cool eine leiter perfekt und ich wollte nicht weitermachen egal so dann gehen wir mal da oben hin dann werde ich offscreen die sachen alle fahren oder vielleicht auch machen wir es erst morgen mal schauen mal schauen wie meine lust nachher noch auf animal crossing ist aber jetzt können wir endlich nach oben oh mein gott leiter 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 wo wir sind du da ausrüsten oh mein gott wir schauen uns hier oben einmal um die blumen die brauchen wir hat nuki nuki gesagt deswegen nehmen wir die mal mit weil blumen auf vorrat zu haben ist vielleicht gar nicht so schlecht hier haben wir einen schönen ort das ist auch ein schöner ort vielleicht baue ich hier gleich ein haus und hopp hier hätten wir noch ein stein okay den machen wir glaube ich mal eben da ist die schaufel sehr gut hier ist echt schön hier wieder wo jeder wohn oder neben dem wasserfall jetzt haben wir ja auch andere bäume nadelbäume ich habe überlegt auf dieser ebene werde ich mich weit machen und ganz oben kommen dann diese tannen hin ja das war so meine überlegung oh gott ich dachte ich wäre runter gesprungen was echt schön hier ne die schnappe ich mir fürs museo wie viel platz habe ich noch habe noch ein bisschen platz habe ich nämlich noch weiter mit ich guck mal eben hier ja drei stück reichen glaube ich erst mal ja das ist echt schön wirklich gefällt mir sehr gefällt mir sehr kann ich hier einmal herumgehen es wäre lustig tatsächlich tatsächlich hallo wo bin ich da bin ich okay dann gehen wir noch einmal hoch müssen die leite ausrüsten ausrüsten und hoch zack 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 und schöner kleiner teich war schon schön ist schon schön kann man nicht meckern da können meine kunden nicht meckern okay wir haben die blume geklaut das wollte ich nicht ich pflanze die blume mal direkt wieder ein weil dich wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen pflanzen bitteschön bitteschön okay dann springen wir einmal auf die andere seite hier oben gibt es bestimmt andere fische ich habe aber habe ich eine angemeldung nein habe ich nicht okay dann gucke ich hier auf jeden fall später mal vorbei okay das war es mit der insel mit der insel jetzt haben wir auf jeden fall alles gesehen ich würde sagen ich baue hier unten schon direkt ein haus hin ich bitte gerne runter danke ja am liebsten würde ich es ja hier auf die andere seite machen ach hier oben waren wir noch nicht gucken wir uns natürlich auch einmal an ja sehr schön in herzform sehr schön ach sieht echt gut aus hier okay so dann gucke ich mal eben wegen dem haus gleich machen wir hier eins hin aber ich glaube der platz reicht leider nicht aus oder ich glaube nicht ich glaube der platz bei oh man schade wieso ist das auch so groß ne also im notfall würde ich es hier oben hin bauen hier wird es nicht hin passen leider deswegen würde ich sagen wir bauen es hier oben hin hier so ja baukit hier herrichten genau ja mal sehen ja ist okay bekomme ich wieder einen anruf weiß ich nicht ne bekomme ich diesmal nicht okay leute das hätten wir geschafft dann würde ich sagen dann würde ich sagen ich mache dann fotos wenn ich die häuser fertig eingerichtet habe dann sehen wir die dann morgen wie sie dann aussehen sprungstab komm ich rüber ja komm ich super ja da würde ich eigentlich schon sagen ne wir haben echt viel viel geschafft wir sehen uns dann morgen wieder rechts ist die playlist links kommt ihr zum neuesten video bis dann euer kamito haut rein oder warte wir gucken da eben ob herr nuki was sagt aber ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube der sagt nichts ich glaube der sagt nichts hallo sagst du was nene hallo hallo was darf sein was liegt an was soll ich tun hast du schon den haus ja die box neben den hausmarkieren okay okay er sagt wirklich nichts okay dann würde ich sagen bis dann haut rein rechts ist die playlist links das neueste video bis dann euer kamito haut rein tschüss